So Leute, weiter geht es mit Assassin's Creed Rogue. Immer noch bei Sturm und Regen. Das Unwetter ist zu laut. Man hört seine eigene Stimme nicht. Und wir müssen zu der nächsten Story-Mission immer schön hier die Story machen. Denn ich muss erstmal so ein bisschen in der Story vorankommen, damit wir hier Nebenaufgaben machen können. Und ich will endlich hier aus dem Sturm raus. Der geht mir langsam ganz schön auf die Nerven. Lissabon ist so groß wie London oder Paris. Seid ihr sicher, dass ihr den Ort findet? Keine große Sache, Hope. Es ist ein Kloster. In der Nähe des Hafens. Ich habe die Schwestern schon ein, zwei Mal besucht. In Anbetracht eurer Ortskenntnisse fällt euch diese wichtige Aufgabe zu. Ihr wisst, was in Lissabon zu tun ist? Zum alten Tempel gehen und dort den Edensplitter holen. Für die Überfahrt ist alles arrangiert. Habt keine Sorge. Die Morrigan bleibt sicher in New York. Danke. Liam und ich brechen so gleich auf. Liam ist im Augenblick nicht abkömmlich. Schiff und Crew warten. Gebt gut Acht, Jay. Edensplitter sind mächtige Relikte. Bei allen Heiligen. Welch ein Bild. Und hier stehe ich, ein Relikt zu suchen aus den Tagen vor Adam und Eva. Ha, seltsame Zeiten für wahr. Benediktus est, Domine. Deus Universi, quia de Tua largitate acepimus vinum. Quo tibio ferimus, fructum vitis et operis manum hominum. Ex cuo nobis fiet potus. Jetzt wären wir schon mal in Europa. Lissabon, Portugal. 17,55. Und hier oben haben wir einen Weg gesehen. Wir müssen hier hoch. Wie stellen wir das am besten an? Ah, hier. Das könnte funktionieren. Jo, ein bisschen klettern gehen in der Kathedrale. Und wir holen uns jetzt hier einen Edensplitter. Ein sehr mächtiges Relikt. Und wir alle wissen ja, Shay wird später jemand, der die Assassinen jagt und tötet. Die Frage ist nur, wann und wie. Wie werden wir zu so einer Person? Denn jetzt gerade sind wir ja noch extrem überzeugt von unserem Orden. Ja, komm hier hin. So. Und hier rüber mit dir. Ganz ruhig, ganz ruhig, Shay. Lass dir Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Oh, oh, ganz knappes Ding. Was bist denn du hier? Eine Seite hätten wir. Und die nächste ist wahrscheinlich direkt hier drüben. Na, komm hier hin. Und schwupps. Ja, die Leute da unten, die stören sich gar nicht. Denen ist das völlig egal, was wir hier so treiben. Nicht wahr, Shay? Die halten hier ihren Gottesdienst. Und wir kraxeln und klettern eben so ein bisschen rum. Wo könnte denn das nächste sein? Nochmal hier hingehen? Ah, Moment. Das Adlerauge. Kann mir das weiterhelfen? Ah, hier drüben. Hier drüben sehen wir was. Vielleicht hier nach oben gehen. Wow, Shay! Oh, hab ich Glück, dass ich noch am Leben bin. Ich wollte eigentlich nach oben sprengen. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich das Ganze geplant habe. Ach, hier drüben ist die Aussparung. Jetzt sehe ich sie auch. Hier habe ich ganz übersehen beim ersten Mal. Okay, dann wird die letzte auf der anderen Seite sein. Dass wir hier nicht nach oben gehen können. Doch, wir müssen hier nach oben. Moment, wir gehen mal hier hin. Hm, wie komme ich denn jetzt da oben hin? Wie machen wir das am besten? Hier ist ein Weg nach unten. Nochmal hier hin. Kann ich hier hochklettern? Geht das? Normalerweise müsste das gehen. Denn wir kommen ja überall hoch. Dann wohl auch hier. Jede Menge Symbole. Und die letzte Aussparung. Wow, 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 wow. Aber diesmal komm, heil unten an. Genau, 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 jetzt hier hin. Und. Ah, das geht, das geht. Das härtet ab. Das muss es sein. Die Vorläuferstätte. Dass die hier nicht durchdrehen. Ich werde schon total geflasht, wenn jemand sowas macht. Was haben wir denn hier? Das Artefakt. Und schon bin ich dran. Okay, das Ganze war wohl keine gute Idee. Indiana Jones. Wo bleibt die riesige Steinkugel? Okay, die Kirche ist Schrott. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh mein Gott, wir zerlegen ja alles hier. Tja, Lissabon geht unter. Mein Fehler. Beim nächsten Mal. Schick die Rechnung an den Assassinenorden. Die zahlen das. Ich bin gut versichert. Na komm. Boah, Wahnsinn. Ich zerlege ja wirklich alles. Okay, ganz Lissabon. Die armen Menschen. Ich hab's nicht gewusst. Wirklich. Ich dachte, ich würde den Splitter bekommen. Und nicht eure Stadt. In Asche und Schutt verwandeln. Was war denn das eben gerade für ein Gurkensprung? Okay, wo muss ich denn hier hin? Jetzt bin ich wieder an dieser legendären Stelle. Ach, einfach hier durch. Der ist irgendwie zur Seite gesprungen bei mir. Aus dem Weg, alter Mann. Ja, deine Stadt brennt. Aber ich hab andere Probleme. Nämlich mein eigenes Leben retten. Und wir gehen oben rum. Schwupps, schwupps, schwupps. Renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Holy shit. Hätte ich das Ding doch ja nie berührt. Tja, ich denke mal, das war's mit Lissabon. Okay, wie lange muss ich hier noch rennen? Komm, wir hier nach oben. Wow. Die Häuser wackeln. Die Menschen brennen. Und alles nur wegen mir. Ja. Da kann man sich wirklich schon irgendwie mies fühlen, wenn man eine ganze Stadt auf dem Gewissen hat. Ist kein guter Tag. Definitiv kein guter Tag. Rope Swing. Wow. Oh shit. Man hat keine Zeit, um mal nach links oder rechts zu schauen. Man will einfach nur rennen. Mjomo, Mjomo, auf Start. Mjomo, Foki, auf Start. Hä? Ja. Ja. Wie konnte Gott Ihnen das nur antun? Gott hat nichts damit zu tun. Okay, das eben gerade war wirklich verdammt derbe. Noch bewerten. Fünf. Fünf. Welche Stadt soll ich als nächstes auslöschen? Es passierte auf Haiti. Es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote dank eures verdammten Manuskripts. Das kann nicht sein. Shay, kein Mensch kann Erdbeben auslösen. Ein Mensch mit diesen Maschinen der Vorläufer kann es doch. Ihr kennt die Schatulle, Hope. Der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft. Ihr habt mich unschuldiger morden lassen. Wie kennt ihr nur? Ihr verteidigt ihn? Achilles sandte mich dorthin, wie Makondal seinen Mann nach Haiti. Was ist denn hier los? Hört sofort auf. Die Operation war heikel. Aber vielleicht... Ihr bringt die Welt aus den Fugen. Was macht ihr euch an Städte untergehen zu lassen? Schafft ihn hier raus. Liam ist ein Narr, wenn er glaubt, ich Belize ist dabei. Achilles ist nicht zu trauen. Er darf den Vorläufer-Tempel nie finden. Mir egal, ob er Mentor oder seine Familie tot ist. Für diesen Wahnsinn gibt es keine Entschuldigung. Okay, jetzt kennen wir seine Geschichte. Wie wir zu dem Mann geworden sind, der wir jetzt sind. Wie wir zu dem Mann, der wir jetzt sind.